Und hallo Leute, es geht weiter mit Let's Play Crash Twinsanity. Beim letzten Mal haben wir Cortex von den Eingeborenen gewertet. Jetzt haben wir uns von den Eingeborenen geflüchtet und haben Totentorferbüro zu 100% abgeschlossen. Und nun geht's weiter. Oh, Cortex. Oh, Crash. Morgen ist Markt und meine Wumperbäume wachsen nicht, weil mein Obstgarten voll mit gefrälsigen Würmern ist. Wenn du die Plage beseitigst, gebe ich dir diesen Energiekristall. Ich bin ein böser Wissenschaftler, was erwartest du denn? Doch. Das ist doch kein Spiel. Wir müssen es trotzdem machen, weil es sich ziemlich leicht befindet. Man kann doch irgendwie zwei auf einmal treffen, mit einem guten Timing. Aber das habe ich natürlich nicht. Ja, genau so. So, perfekt. Das hätte er auch alleine machen können, aber egal. Genau, aber wir müssen das natürlich machen, damit wir hier hochkommen. Er ist noch tot, finde ich gut. Komm, Herr Cortex. So, und nun kommt ein Bossgegner. Ein richtig... Also der erste richtige Bossgegner, könnte man sagen. Ach, Sequenz. Ich sag's euch. Ihr Jungs wart klasse. Echt klasse. Ich meine, wer hätte gedacht, dass zwei Todfeinde wie ihr so gut im Team arbeitet. Nette Hütten. So viel zu sehen. So viel zu zerstören. Das eingeborene Dorf, die Lava-Höhlen, die Totemgötter. Yeah. Bei uns in der 10. Dimension gibt es nicht so was Schönes wie die Totemgötter. Die leuchtenden Farben, die komplexen Schnitzereien, die sehen fast lebendig aus. Ha, 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 ha. Yeah. Fast? Genau, das ist unser erster Boss. Ein Totemgott. Fotz. Ja, er hat vier Arme. Das ist natürlich schlecht. Ich finde die Musik auch nicht schlecht. Und er kommt nicht weiter raus. Ich hab Pech. Ich finde Wetter. Äh, gibt's irgendeinen Gott dazu. 100 Todes. Das ist sicher eine Anwendung. Ich weiß noch nicht, welchen. Müsste ihn dann schlau machen, aber nee. Und so, er kann diesen... Heilsraumkort. Er kann diesen Move. Und so, er gibt es bisher keine Blüte zu... Oh Gott. Angreifen. So. Darauf müssen wir warten. Dann müssen wir kommen jetzt in den Schick und dann nehmen. DIN-A-B-7. Dann. Der Schaden. Dann hat sich noch mehr drauf. Dann hat noch sehr viel mehr drauf, muss ich sagen. Wenn man das mal einsetzt, also es ist ja nicht gesagt, dass er es macht. Aber, er hat was drauf. Ähm, muss ich ständig in Bewegung bleiben bei ihm. Also ich meine, ständig... Nicht zu nahe... Maserhaugen! So, 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 so. Sie jetzt checkten noch was. Ah, egal. So, 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 so. Perfekt. Fristers! Haha, wie praktisch. Da! Ein Loch und ein Move drauf. Kann er dir mal bitte machen. Es wäre sehr nett. Immer ein bisschen näher. So kann man sagen, nehm mal ein bisschen näher ran. eine Berührung bis ein Tod, den grad ziemlich praktisch also nicht genau das und seine Mousse der kann er nicht also viel Mousse, die man allen eigentlich ziemlich simpel ausweichen kann und einfach in Bewegung bleiben und nicht zu machen und dann werfen mit Aiming natürlich und der ist besiegt und ein Cortex aha das ist das sehr schön krass krass er saugt das Gute aus dieser Dimension und lässt nur das Schlechteste aller möglichen Welten übrig wir verbreiten gern Chaos wir sehen uns, ihr Loser ist schon Essen Zeit? im zehnte Dimension ja ja im dunklen Ozean meines Verstandes schwimmt ein riesiger Wal von einem Plan zum Labor wir sind noch nicht geschlagen das Spiel geht weiter ja er kann natürlich Porten zu seinem Labor komm schon tschuuu wenn wir ihn jetzt noch berühren könnten wir sogar sterben diesen Totenbot so nun wissen wir zu Vortex Versteck mal wieder da jetzt hängt die Insel da müssen wir kurz mal schauen ok oh instant death natürlich aber müssen wir jetzt machen genau ich wollte erstmal da runter au mein Hintern wunderbar und wir haben die Insel auch komplett bing krass watz 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 fail mal was testen tschuuu au hallo ich würde gerne mal eigentlich kann man die auch so killen zack zack und der letzte zack weil ich eigentlich kapiere was das jetzt zu bedeuten haben soll oh genau das war dafür da gibt es nur ein Leben muss jetzt nicht sein also man kriegt die eh hinterher geschmissen muss ich sagen und ich denke wir gehen jetzt einfach mal zu Cortex haben wir ein Boot Pelz ich kann mich zum anderen Ort bringen ok cool vielleicht ein Geisterfahrer hohohoho der schwimmt der fährt sich hier gegen den Strom wow wie flach cool hier werden die ähm Dinger schon richtig schwer zu bekommen die Kristalle für mich auf jeden Fall oh 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 vor dir erhebt sich eine Kathedrale diabolischen Genies furchteinflößend aber in falschen Händen könnte diese Eisberghöhle sehr viel Gutes bewirken natürlich habe nur ich den Schlüssel siehe mir nach ich noch einen Weg so so und dann Cortex mit ein extra Level machen so eigentlich könnte man auch damit hochfahren aber das heißt natürlich kaputt ähm war das schon hier hinten oder will ich mir das ein es war auf jeden Fall äh lass mich lieben hier war es ähm ist das schon oh haben sie jetzt was war denn das frage ich mich jetzt auch was war denn das genau ah ok ob es mehr Sinn macht uns jetzt zurück zu lassen nein wir schaffen das schon so hier gibt es nämlich auch das ist nämlich ähm das Eisberglabor ans Level und da gibt es auch wieder einiges zu holen finde ich nein oh Gott das war knapp ähm später kriegen wir eine Abkürzung dadurch das ist aber ein Gang den ich eigentlich nicht benutzen möchte ich werde ihn aber trotzdem zeigen komplett natürlich so eigentlich müssten wir jetzt da rein ja aber nein wir wollen ja noch ein bisschen Extras abstelben also gehen wir an die anderen Orte die ich nicht mag weil die hier schon echt mies werden dann komme ich eh noch ein zweites Mal hin also ähm am ersten Suchen nicht klappt dann ist das okay finde ich auf jeden Fall extra leise extra leise he fail so sehr schön damit wärs das hier auch so aber es war noch nichts nicht alles also an diesem Ort halt war es so schon aber insgesamt wartet da noch etwas auf uns wär auch dumm wenn nicht also tsch occorre huiii hui huiii und hier können wir auch nochmal drauf und da hinten können wir auch noch drauf und oh mein Gott so wie kommen die hier rein? fragt ihr euch sicher ja das frage ich mich auch gerade ähm 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 na genau wir müssen da hin und bitte einmal den Schalter. Ja, danke. Genau dafür da kann man sie noch so gut verstecken. Wir finden sie alle. Um das zum Zerhexen und nicht, uns nicht, was mich irgendwie wundert, weil Crash kann durch extrem viele Sachen sterben. Was gab's hier nochmal? Ah ja, genau, die Scheiße. Das sollten wir irgendwie ausschalten. Genau. Ich wollte gerade sagen, das sieht jetzt ein bisschen schlecht aus für uns. Und immer genauer und dann kriegen wir den auch noch. Sehr schön. Wir haben ihn ja gekriegt, also zwei fehlen uns noch. Einen weiß ich noch, den letzten, äh, keinen Plan. Echt? Ich hab keine Ahnung. Finden wir schon noch, glaub ich. Oder wir nicht. Egal. Können wir da rüber? Ja, können wir. Mal schauen. Ja. Definitiv. Das können wir alles machen. Wir sind ja Skilord. Oh Gott. Mal schauen. Ähm. Ähm. Äh? Leute, ich möchte ihn übrigens haben, ne? Das heißt, wer jetzt keinen Bock hat, der kann vorspulen oder ich... Oder ich schneid's aus. Nee. Der kann einfach vorspulen. Ihr sollt schon sehen, wie man den... Was war denn da noch? Leute. Habt ihr das gerade gesehen? Da ist also der Letzte. Den hab ich nie gefunden. Jetzt weiß ich auch, wieso. Gut zu wissen. Wir haben uns aber erst gleich... Erst mal möchte... Nein, das wären keine 100%. Wie ich mal gedacht hab. Ich hab mir gedacht, du spielst nochmal schnell auf 100% durch und dann... Das findest du schon mal. Ach, schleck. Und das... geht uns auf den Sack. Und ich überleg mal, ähm... Ob ich's für euch rausschneide. Ich denke eher nicht, aber... Wie? Hallo? Lame? 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 Also, wenn ich ihn jetzt oder... Zwei Versuche noch. Dann schneide ich den ganzen Kräse. Lass den ersten Versuch noch drin und dann schneide ich das. Oder ich lass das drin, je nachdem. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ne, fickt euch. Kommt. Ich hol den jetzt nicht. Nein. Ich will ihn nicht. Das ist nervig. Leute. Ich hab auch noch ein Leben. Ich weiß schon, wer jetzt lacht. Er heißt Soul Stuhl Styler 19. Ihr kennt ihn besser als Soul Styler 13. Ich will ihn extra unter diesem Video verlinken, weil er lachen wird. Fick dich. Spiel. Ich bin jetzt mal kurz ruhig, Leute. Ja. Ihr könnt die wunderschöne Musik genießen. Ihr wisst, wo er ist, oder? Ich weiß eh nicht, wie man ein Prozent machen. Also, ihr wisst, wo er ist. Sehr schön. Ich hab tatsächlich keinen Bock, dass ich den jetzt hole. Er geht mir schon wieder so auf den Piz. Das ist der Hammer. Ich geht mir so auf den Sack, ey. Eigentlich der Rune. Ja, genau. Da. Die geht's flaxen, oder was? Der war so einfach versteckt. Fail. Ich bin so in der letzten Welt, da bin ich froh, wenn ich überhaupt einen kriege. Die ist echt knüppelhart. Also, wow. Die kann schon ziemlich fordernd sein. Und nervenaufreibung. Ich will diesen scheiß Kristall. Was war das denn jetzt? Bis wir immer wieder hier starten, würde ich es sogar machen. Leute. Wisst ihr, wie sie mir gerade auf den Sack geht? Wie das mir auf den Sack geht, das ist der Hammer. Ich hab meine Festplatte genug Speicher dafür, weil... Ich muss das ja alles in Ruderteilen umwandeln. Und dann kann ich es erst verwenden. Und die Ruderteilen, die ich fressen, so ehlendig viel. Speicher! Ja! Fail for game. Ach, wunderbar. Ein eiserner Spieler verlässt nie seinen Post. Success! Egal. Und... Wir haben schon wieder 16 Leben. Oder... Ähm... Leider 16 Leben, weil das nervt. Ich bin so riskant in diesem Spiel in dem Let's Play. Let's Play? Was ist ein Let's Play? Ist das ein Aus... Also... 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 Let's Play? Das ist nämlich ein Ausruf für Pinguine. Let's Pinguine! Also wie ist nächstes Level? Heißes Eis? Wollte ich auch nicht 100% haben, wahrscheinlich. Ich hab keine Angst. Zack! Skill Shot! Dann... Kann man zerschlagen. Also nur das... Also... Zerdrehen. Das wusste ich als Kind nicht, sondern hab mich immer um die rumgebugged. Vor allem später. Dann weggeowned. Zack! Irgendjahr versinkt mit uns nicht, wenn man länger drauf bleibt. Das ist Glück. Also mir wird's wehtun. Ich muss so volle Wucht in so'n Ding reincrashen. Wow. Viel zu knapp, Alter. Habt ihr verstanden? Rein... flash... Die Pingueren sind gefährlich. Die kommen runter wie Raketen, wenn ich ernst. Einige schießen auch auf uns zu, der ist so lehn versteckt. Wow. Habt ihr das gesehen? Er hat uns gekillt. Und wenn man nicht langsam uns da auszuweichen noch, vor allem wenn man sich so anstellt wie ich, ist das schwer. Hallo, ich möchte da auch nur durch. Mann! Sterben, du scheiße, nicht. Jetzt mal kriege ich den noch. Bäm! Bäm! Und du auch noch. Bäm! Oh, der ist nicht du. Zack. So, haben wir die auch erwischt? Ja genau, ich kenne mich jetzt alles, was falsch macht. Piu! Fatz! Juhu! Bäm, bäm, bäm! Wuhu! Bäm, bäm, bäm! Bäm! Die Stelle war kacke. Wenn du nicht weißt, dass wir hier kaputt gehen, dann kann man sich da echt schwer tun. So, super safe. Piu! Oh, ciao! Boah, das ist jeweils eine Wunderfrucht drin. Das hätten wir auch einfach lassen können. Also, was da einfach nur eine Frucht drin liegt. Nein! Übrigens gibt es hier eine Anspielung auf eine Art Vorgänger, könnte man sagen. Also, auf ein Spiel, was, ähm, auch auf der PS2-Eschiene ist. Ich glaube, ja, für den PS2-Spiel gibt es eigentlich von Crash. Ich glaube, nicht so viele. Ich bin mir nicht unsicher. Und auf jeden Fall davor kam, ähm, Wrath of Cortex, weiß ich auch noch nicht das Plain-Version, aber nicht. Die PS2-Version, ja. Und, das sind wir auf jeden Fall davor raus. Danach kam, glaube ich, Twinsenty, oder die, auf jeden Fall haben die irgendwas oder haben irgendwas miteinander zu tun, wegen Crunch, oder, keine Ahnung. Ist ja auch vollkommen egal. Auf jeden Fall, meine kleinen Freunde, wir werden gleich eine Anspülung darauf gucken, wenn ich so weit kommen sollte. Was ja nicht, ähm, klar ist, dass ich so weit komme. Weil, wie ihr seht, schlägt mich gerade an wie der erste Zocker. Das ist ja mal der Hamme. Ah, gestern. Wir hatten gerade schon gesehen. Ich will an diesem Kostall zack, zack. Was? Voll vernichtet. Spiel, warum? Ich weiß nicht. Wieso ist Fake denn hier so rum? Ich fälle doch sonst auch nicht so. In Crash. Meine Hände sind schon ganz spitzig. Aber ich hab' mir Handschuhe. So, wenn ich zocker, Das ist ja schlimm. Das könnte ich sogar machen. Ich hab' mir da aufgefallen. Ich hab' jetzt viel zu knapp gemacht. Das ist mir da aufgefallen. Das hätte er uns auch gehen können. Ach, komm. Die verarschen? Das war jetzt ein krasser Hai. Ähm, Suizidpinguin Extreme. Das neue Spiel. Wunderbar. Bitte ein Aufzug für mich. Der Kortext ist ja... Also, Kortext, du würdest echt mal auf den 80-28 und ist echt grauenhaft. Ja, da wo niemand hinsieht, ist man immer Schlamm. Oh, ist klar. Ja, ähm. Da konnte man echt getrost ignorieren. Möchte ich mal so meinen. Ich hab' die gerade was von Donkey Kong gesagt. Das ist voll ein Trudel. Oh, wir kommen gleich zur besagten Stelle. Okay, jetzt können wir mich immer versuchen, den Pinguin da reinzufotzen. Ich glaube, dass ich ihn so weit kriege, aber es kippt noch nicht. Digger, was man macht. In welcher Attacke. Bum. Wunderbar. Wir haben uns mal geschaut. Das ist voll lame. Aber, es ist echt toll, dass wir so schnell... Na, diese Sequenz werde ich übrigens, ähm... Ja, mal schauen, weil ich da noch spiele, also... Ich denke nur so nach der Sequenz. Dann ist der Part halt mal ein bisschen kürzer. Mein Gott. Der Scheck ist geplatzt. Bist du sicher? Die letzten Jahre waren nicht sehr gut. Der Zorn des Cortex hat nicht so funktioniert, wie wir gehofft hatten und... So cool. Und die zischen gleich mal alle ab. Cool. So Leute, das war doch erst mal, weil ich habe jetzt irgendwie... Ach komm, scheiß drauf. Überziehe halt ein bisschen. Letzte Part... Mein Part war schon so kurz, also... Egal. Au. Mal sehen, wie weit die noch kommen. Drava Cortex. Ich habe ins Gesicht geknallt. Wir greifen übrigens nichts an, die Pinguine. Komm her, Mann. Ich habe was zu tun. Drauf. Bäm. Ha 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 ha. Oh, das wird jetzt nervig. Boah. Wunderbar. Mal heißes Eis, ja. Wunderbar. Na ja, nein. Ist noch einer? Wenn wir einfach nicht über Cortex holen, wie einige jetzt meinen könnten, würden, täten. Au. Ja, nicht. Nein, wir müssen nämlich wieder einmal winkelverkehrt rumdenken. Oder irgendwie so, wie man es auch nennen mag. Und wenn ein Schalt aktiviert, ist da hinten die Brücke auf und hier. Und wir müssen noch mal Cortex holen. Oh, hey. Ja, wie vielfass müssen wir ihn umständlich mit Cortex holen. Das ist was anderes, ja. Wischte gegen wer jetzt finden Sie cool. Lalalala. Bei Fuß. Und wir haben ihn wieder gekriegt. Bei so einem kleinen Hund namens Neo Cortex. Übrigens wird in diesem Spiel auch geklärt, woher er das fette Edd auf seine Stirn hat. Ja, das hat nämlich einen Grund. Einen extrem krassen Grund, ich finde. Wenn man es nicht schon vorher erfahren hat. Ich weiß es ja nicht. Ich habe die anderen Teile nicht gespielt. Ich habe nur Ralf of Cortex und Cousanity geklappt. Wir sollten hier drauf stehen bleiben, übrigens. so ganz blöd gesagt. Cortex. Ähm, Cortex. Ja, super. Wir nehmen die nicht mal mit. Man kann ja nie wissen. Ja, brauch ich dich eh. Ich muss ihn da genau drauf treffen, oder? Wahrscheinlich, ja. Und wir haben heißes Eis auch komplett. Wunderbar. Sehr schön. Und nun kommt etwas recht Einfaches, aber trotzdem. Und danach kommt noch ein Boss. So, jetzt müssen wir da rüber. und wir brauchen natürlich wieder Cortex-Hilfe. Neocortex-Schalter. Activate. Neocortex-Schalter. Activate. Wow. Wow. Das ist ganz schön riskant. Riskant. Was soll dieses Wort riskant bedeuten? Riskant? Riskant? oder? Oder... Wenn ihr erst Geschosse nutzen könnt, also mit Cortex halt. Mit Bazooka. Haha. Oh. Uka, Uka. Was eine Freude. Das ist ein Trottel. Das war eine rhetorische Frage. Junge. Da baut sie jetzt ein Eiskörper zusammen. Wenn man es fetten will. Oh Gott. Der Krisch ist einfach nur noch da. Kopfkratz. Hä? Was? Oh. Haha. Er verarscht ihn so krass. Okay, nach diesem Boss werden wir erst mal aufhören. Der geht eh relativ schnell. Er hat drei Leben. Die meisten Bosse. Wir vereinigen, sagen wir es mal so. Und er geht ganz einfach, wie man gerade gesehen hat. Er ist sehr empfindlich gegen Fire. Wankern hat verschiedene Ice-Moves. Nichts Besonderes, aber auf jeden Fall Ice-Moves. Wow. Und wir gucken ihm ordentlich den Arsch an. Auch wenn ihm zu nah kommt, tritt dazu. Oder schlägt so, je nachdem. Wow. Cortex und Trottel. Nein. Übrigens, die Bosse. Das ist lustig. Wenn man stirbt, dann sind die so voll ab. Wenn die einen besiegen halt. Und er kann so ein Eisbann. Cortex und Trottel. Shit. Wow. Ice-Kette. Cortex. Oh Gott. Du Trottel. Dieser Prosten. Mach den Scheiß-Schalter, Mann. Wow. Oh Gott. Heiß Arsch, Mann. Oh Gott. Oh Gott, 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 Gott. Eigentlich so ein ziemlich einfacher Hapus und die macht mich so fertig. Ey, das ist schlimm. Friss das. Bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Die Art ist übrigens nur zweckgräßig. Wir wären jetzt nicht Best Friends Forever. Ich meine, das ist jetzt nur ein Mittel und zum Zweck. Aber das kann euch jetzt egal sein. Da, ich jetzt den Pot beten werde. Ach, ich bin so böse. Naja, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt. Let's play. Crash to Insanity. Bis dann. 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 Vielen Dank.